Was ist das? Zeig mal, Valencia Wow, was ist das? Alpaka Schauen wir uns Alpakas an Ja Schauen wir Valencia, was das ist Ja, weiß Alpaka Ja weiß Alpaka Hi Schauen wir uns, wie wir Alpaka Es ist ein sehr, sehr süßes Ort Ein sehr süßes Ort Ein sehr süßes Ort Sehr süßes Sehr süßes Und diese soffene, die süßes und diese soffene Ist das weich? Ja Kuschelig weich Ja Kannst du dich ruhig wegnehmen? Ja Die Tiere sind aufgeregt Die Situation ist ungewohntes helle Licht Die Lautsprecher Und auch wenn einfach mal Elegant aussehen Können die ungewohnten Umstände hier doch mal zu Das sind vielleicht schon Verdenkungen Ja Die Bebeutung der Tiere sollte möglichst üppig sein Das heißt, in großer Dichte wachsen Mit einer Tastafaserlänge wachsen Und in einer hohen Qualität Und in einer hohen Qualität Denen muss sich über die Krampel verteilen Und sich über die Krampel verteilen Ich werde fragen, ob ihr Garten zu hauen Ob es ein oder andere Alpaka geeignet wäre Hier ein paar Basics Die Alpakas brauchen eine Grundfläche Eine Auslauffläche Und am besten für das erste Tier Tausendvertragte für das zweite Tier 100 Quadratmeter dazu Das reicht nicht, um die Tiere das Ganze da zu ernähren Hier ist auch eine Auslauffläche Die diesen Tieren zugestanden werden sollen Zusätzlich brauchen sie ganz viel mit euch Und die Verdauung Die Alpakas Geht nach unten und runter Guck mal, so viele Alpakas Komm hier Vanessa Komm hier weiter Du bist so süssig. Du bist so süssig. Du mag nicht? Du bist so Du kannst das nicht mehr sehen und du kannst 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 Links, 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 links. Rechts, so ein bisschen, rechts. Rechts. Rechts, rechts. Rechts, links, links. Ja, links, links, links. Jetzt gehen wir nach Kamel reiten. Jetzt gehen wir nach Kamel reiten. Aber man rät mir dann auch noch vor der Dritte Zeit. Entschuldigung. Jetzt gehen wir nach Kamel Reifen. Richtig, da war es da so viel zufrieden. Right. Richtig, da war es ja nicht. Aber es war schon so süß. Das war's für heute. Das war's für heute. Geh, kieße mir schweicht. Aufmachen. Aufmachen darf man nicht. Siehst du mir schweißen, so kuschelig. die eine eine die 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 faszinier Was ist das Kartoffel? Das ist doch nicht. Alessandra? Was ist das Kartoffel? Das ist doch nicht. Die britische Queen. Wir kommen jetzt zur Wahl der beiden besten weißen Stufen. Champion und Reserve Champion. Tschüss. Das ist sehr schön. Tschüss. Okay.